Willkommen, Grimm. Es ist Ende des Jahres. Deine Veranstaltung ist nahe. Wie denkst du, dass du das gemacht hast? Mal schauen, wo das überheben. Interessant. Ja, deine Antwort wurde für die Psych-Eval. Sehr gut. Wie mal schlechte Nummern. Mal mehr, mal weniger. Ich habe doch immer die Regeln auf die Regeln geschissen. Wir müssen schlechter werden. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Was müssen wir machen, um die nicht zu passen? Müssen wir das Haus anzünden. Damit wir nicht passen. Spiegel werden wir gar nicht benutzen. Das Schwein können wir einstecken, wir kriegen hier kein Geld. So, die Regeln. Drei Menschen müssen sterben. Das ist eigentlich nicht, wenn wir zu Villages back kommen. Okay. Also alle Regeln müssen sterben. Ok, wer hat hier einen religiösen Hintergrund? Skipper auf SIN Engineer Vector Aha Na gut, lassen wir mal 2 sterben Da fange ich natürlich am ältesten an So, du bleibst am neben Du bleibst auch am neben Du bleibst auch am neben 3 Leben, 2 Tod Sehr schön Hallo Chef Du wolltest mich aber halten Grimm Ah, ja, da du bist Gut, gut Ok, jetzt Hör auf Du hast zu viele zu leben Du solltest wirklich auf das Jetzt Nun Aber Ich habe nicht die Zeit um dich weiter zu schrauben Eine Umgebung hat Und ich muss für ein paar Tage Oh nein Oh nein Jetzt haben wir die Katzen wieder Schon So schnell geht das hier Fahr das schon so schnell? Okay So ein Mist Jetzt haben wir diese Katzen Sache Mal schauen wie die uns behandelt Und wir hier die Regel nicht befolgen Sind die Branchen offen? Hatte sie vielleicht Ich habe es verpasst Ich muss dann irgendwann mal meine 6 Knot Geld ausgeben Oh, Pflanzen 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 müssen sterben Oh, jetzt haben wir hier andere als beim ersten Mal Jobos National Symbol Mhm Und das Gras Und das war das Gras Sterben Drei Menschen Drei Pflanzen haben zu sterben Foto Synthesis Auch so ein Gras Ding Sagen wir zwei Ich lasse mal am Leben Wir lassen drei am Leben Let's go Immer schon wieder Fehler machen Let's go Immer schon wieder Fehler machen Let's go Die Katze ruft langsam an, um zu sehen, um zu sehen, um zu sehen, um zu sehen, um zu sehen. Okay, wir reden nicht viel mit der Katze. Jetzt gehen wir bei Akons. So, Tag beenden. Nächster Tag. Zwei Menschen müssen sterben. Was ist, wenn ich jetzt hier einfach... Verdammt. Ok, wir müssen es markieren. Zwei Menschen müssen sterben. Einer... Ok, dann lassen wir einen anderen am Leben lassen. Wir lassen einfach mal alle am Leben. Ich habe nichts dagegen. Können wir auch einmal... Können wir mal wieder alle am Leben lassen. Alle töten müssen wir noch nicht machen. Können wir auch mal machen. Haben wir schon gemacht. Am letzten Tag. Sehr schön. Sehr gut. Grim. Ich hoffe, dass du das hörst. Ich habe mich verletzt von dieser Insolence. Du hast eure Verpflichtung zu folgen. Ich bin dann verletzt, dein Kontrakt mit dem Offizie des Todes zu verletzen. Efters effektiv. Du merkst, das bedeutet, deine Existenz zu verletzen. Denn was anderes würdest du tun? Verdammt. Es war unser drittes Mal, dass wir den Leben gelassen haben. Wir hätten jemanden töten müssen. Wir hätten jemanden töten müssen. Ich hoffe, der nächste Porn wird etwas Merit. Mua! Ich habe keine Schädigten Subordinate. Ah, wir wurden gekillt. Ok. Haben wir auch mal ein Ending erreicht. Wann Nummer 3. Wann Nummer 3. Wir müssen uns merken. Wir dürfen nicht gefeiert werden. 64. Ja, ja. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen skippen. Ich glaube, die ersten Tage skippe ich euch mal wieder. Ähm. Ja, wir werden hier wieder... Am ersten Tag zeige ich euch, was ich hier mache. Ich verstaue hier schön alles. Als Urkunde vom ersten Tag. Ok. Da ist natürlich noch nichts drauf. Warum hat es dann vibriert? Ok. Ein Mensch hat zu sterben. Wir lassen es am Leben. Wie üblich. So, dann wechseln. Dann skippen wir zum dritten Katzentag. So, Schwein kann auch rein. Und zack. Jetzt skip. So, Tag 3. Oh, da haben wir das rote Blatt. 4 Menschen müssen sterben. 4 Menschen müssen sterben. Medica Background. Und jetzt ein Power Medic. Muss sterben. 4 Menschen müssen sterben. 4 Menschen müssen sterben. Ok. Was wäre der von uns? 5 Menschen. 5 Menschen. 5 Menschen müssen sterben. 5 Menschen müssen sterben. Wie viel habe ich schon? Ok. 3 Menschen müssen sterben. 5 Menschen müssen sterben. Ok, ich denke das war alles. Mal schauen, ich hoffe wir werden nicht wieder getötet. Ok, ich kann weiterführen, dass ihr wütend ist. Die Deportantin sitzt in der Silenz, eine Ecusatrice in ihren Augen. Ok, sehr gut. Nächster Tag. Einmal habe ich beim jetzigen Versuch 200 Münzen bekommen, weil ich doch irgendetwas richtig gemacht habe. Ich hoffe das verhindert jetzt nicht das Ende. Drei Menschen haben zu sterben ist bei allen Studenten, dass seine Studenten umbringen. Student, es tut mir leid. Drei Menschen müssen sterben. Na dann lassen wir jetzt alle am Leben. Ok, yes. Hallo Katze. Wir dürfen keinen Namen geben. Wir dürfen nicht mehr alle haben geben lassen. Obwohl diesmal bei dem Versuch habe ich auch nicht so gefällt. Ich verabschiede mich. Ignoriere die Katze weitestgehend. Krieg wenig Geld. Oh Mann. Hier wieder unsere Unterlagen geklaut. Was soll man tun? Oh man... The Kat lungs off the table brushing her ear with the paw. mm-hmm still the fucking ads are you there oh Grim Grim alas I am disappointed I had hoped to avoid having this discussion again must I really reiterate myself you cannot allow all to live I hope you will realize the implication for the world and for yourself okay hello Grim either way this will be marked down is your second warning there will not be that was my second warning that means if we had before two warnings sammelt haben werden jetzt raus oh ha that's it we must have to pass the third strike and we are out we get automatically that's a warning okay we must be careful saying the region six mentions and stern when you wanted to transportation industry have to die children on the left side of the profile and it and i okay Linke bleibt am Leben, alle Transportierer bleiben am Leben, ich muss nicht sterben, okay, deswegen Minister, Hausgeber, Numberjack, Submarine Command, das ist doch transportationsmäßig, oder? Okay, sechs Menschen haben zu sterben, dann drücken wir doch einfach zwei, muss ich mal sagen, der älteste ist sie hier, du musst sterben, Minister, du musst auch sterben, sagen wir mal, der Rest ist mein Leben, wenn wir wenigstens ein bisschen Arbeit gemacht haben und nicht unseren nächsten Strike kriegen, ich muss am Leben bleiben, erst Logistik, ich hoffe das bringt uns nicht den nächsten Strike ein, immerhin haben wir ja, natürlich wird also alle verschonen und alle töten, das wird uns in Strike bringen. Das war kein Junk. Na und? Was, korrekt? Ich habe doch wenige getötet. Wieso elektronisch? Gut genug, um nicht gefeuert zu werden, aber naja. Wann, wo, wie. Und mein Geld kriegen immer einen Fehler gemacht. Was ist ein Bonus? Wenn kein Bonus. Wenn man einen Fehler gemacht. Vielleicht wurde auch irgendwas richtig gemacht, versehentlich. Die Barat noch nicht offen. Können wir uns bald etwas leisten. Sechs Menschen haben zu sterben. Drei Menschen haben zu sterben. Okay. Okay, als erstes von unten. Zwei Menschen, 60 oder älter. Die lassen wir neben. Die älter 60 sind. Oha. Weeper. Null. Interessant. Das hat man noch nicht. Das hat man noch nicht gefallen. Oha. Wenn du willst, hier ist deine Chance, ich bin sorry, es ist Zeit, es muss zu diesem Ende kommen, es ist nichts von dieser Wahl. Wir lassen uns selbst am Leben, was ist das? Sechs Menschen haben zu sterben, das ist sehr interessant, unser eigenes Profil. Repo 64, interessant. Ok, ich würde mal sagen, wir killen. 4,5 Leute. Altgerade, Altgrigpulta, also Fieldworker, ist am Leben lassen. Mit Farmer auch. Wir müssen jetzt töten, sind das hier nichts. So, wie sieht's aus? Tod, Leben, 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 Tod, Tod lebend. Ok, let's go, ich will weiter leben. Das war auf jeden Fall nicht das, was der Chef wollte. Ah, da bist du. Um. Unfortunate, but true. But you can still improve yourself. Achieve greatness. Or at least some betterment. This reminds me. Have you any questions? It has been a while since we had a personable dialogue. Until tomorrow, Graham. Keine Fragen. So, keine Fragen, kein Geld. Noch nicht Wochenende, müssen wir schauen, was wir uns hier leisten können. Welcome back, good customer. Wir haben Geld. It is nice of you to visit me in Emporium again. Though, I may have little to provide you. Oh, Natty, you're taking a piss, right? Aye. Be off and return, when you're ready to do this again. Damn, we can't afford it. But we can't afford it. My Jones cover of the slimy face. The last part of our outfit. Unschafriger Shattered Drip Fashion. Our fashion is not afraid. Very nice. Two people must die. We are on the opposite ends of the profile when we have to die. Okay. The two must die. The Farmer and Dancer should stay near there. I would say No one has done with this. � The Farmer and Dancer should be killed. Oh, it is one of the two of the temple. One of the two were killed. One of the two have killed. One of the four withdrew, he can't give the fiction spinners. Hmmmmmmmmmmmm? A little bit of that. Vielleicht kannst du ein System sein. Should I become a writer? I could write many compelling works of fiction. I am an antique, after all. I have much experience. Um... Game? Writing? Come now. I hardly think that counts as a real art form. I shall continue. But for now, it is time for daily feedback. Daily feedback. You have marked fewer profiles than necessary. No choice but to log a reprimand. It is already your third week here. I do not understand how this keeps happening. But I have experienced it. I will not be attached, right? Well, off you go now. I must return to my deliberations. Okay. Uhm... Should I... Knock knock. That's exactly the question, ain't it? We are the exalted Chimera. Use aора. Okay. Now let me put You into an almost any way. this is going to mine so- see you... the clouds, the deer will be invoked. Hier haben wir den Tintenfisch-Kthulhu-Köpfer, und wir halten den hier am Bett, und ich würde mal sagen, ich mache eine Aufnahmepause, ich beende das an dieser Stelle, bis dann, tschau. Untertitelung des ZDF, 2020